Kommen wir mal zur vierten Story. Hat jemand Erfahrungen mit Schwiegermüttern, die versuchen, einen als verrückt darzustellen? Vorab, ich habe keinen Kontakt mehr zu dieser Hexe. Heute habe ich mich allerdings dabei ertappt, wie ich über einige der verrückten Dinge nachgedacht habe, die sie in meinem Haus angestellt hat. Zum Beispiel kam sie eines Tages vorbei, natürlich uneingeladen. Ich erinnere mich genau, dass sie ihre Hände in der Tasche ihres Pullovers hatte, als sie hereinkam. Ich fand das seltsam, denn es war ein heißer Tag, aber ich dachte mir nicht viel dabei. Ich war im Keller, bevor sie auftauchte, um nach der Wäsche zu sehen. Nachdem sie gegangen war, in Klammern keine 15 Minuten später, ging ich in den Keller, um Wäsche zum Zusammenlegen hochzuholen. Als ich zu meinem Trockner ging, lag direkt davor ein toter Vogel auf dem Boden. Ja, ein toter Vogel. Ich habe mich erschrocken und konnte nicht verstehen, wie er dorthin gekommen war, da keine Tür nach außen oder die Fenster offen waren und dieser Vogel sah aus, als wäre er nicht erst vor ein paar Minuten gestorben. Zuerst dachte ich, es waren meine Kinder, aber ich kenne sie gut genug, um zu wissen, dass sie mich über den Fund des toten Tiers informiert hätten, anstatt ihn aufzuheben und in den Keller zu legen und das direkt vor meine Waschmaschine. Es gab auch andere Vorfälle, die zu zufällig sind, als dass man sich nicht fragen könnte, ob nicht meine Schwiegermutter was damit zu tun hatte. Dinge, die nach ihren Besuchen verschwinden und bei ihren anderen Besuchen wieder auftauchen. Ich hatte das Gefühl, dass sie mit meinem Kopf gespielt hat. Ich hatte noch nie mit einer solchen Person zu tun und brauchte eine Weile, um zu akzeptieren, was sie für ein Mensch war. Ich kriege gerade ein bisschen Schauer, wenn ich das so lese. Du hast gesagt, dass du mit diesem Vogel, ich erinnere mich immer mehr, wie ich in Osern so tote Tiere gefunden habe. Ich habe immer mal geguckt, wir haben das gefunden. So richtig so, ich glaube, das hat jedes Kind gemacht. Aber guck, was ich gefunden habe, weißt du, ich meine. Sehr adorable. Das ist echt, darf ich es zöchopathisch sagen? Ja, darfst du. Das ist sehr zöchopathisch. Sorry, irgendwie kommt man auf eine Idee, so, oh, da liegt ein toter Vogel. Oh, ich leg der bei meiner Schwiegermutter vor der Waschmaschine. Du musst sie ja wirklich hassen, ne? Also zu einem Level hassen, dass du sowas machst. Das ist echt abartig. Das ist ein ganz anderes Level, finde ich. Ich wüsste auch nicht. Ekelhaft. Wie reagierst du auch? Vor allem, du klingst halt auch verrückt, wenn du so sagst, so, ich weiß, dass das meine Schwiegermutter war, die den Vogel vor meine Waschmaschine gelegt hat, so. Das würde halt auch keiner glauben. Auch so Sachen verschwinden, dann tauchen die Sachen wieder auf. Ich glaube, die wollte echt einfach so mit der Psycho von ihrer Schwiegertochter spielen. Wie weit kann ich sie verrückt machen? Warum machst du sowas? Ich glaube, das ist aber wirklich psychische Krankheit. Also ich gehe mal davon aus, ohne sie jetzt in Schutz nehmen zu wollen, aber anders kann ich es mir nicht erklären, oder? Aber ich glaube, es gibt echt viele solcher Fälle, weil unter diesem Post, und deswegen habe ich den noch so ein bisschen reingenommen, weil erstens fand ich den total psycho und war total so, oh mein Gott, ich wüsste überhaupt nicht. Du gehst so ganz normal in so eine Beziehung rein mit deiner Schwiegermutter und dann dreht die so abgefuckte Sachen. Das ist echt... Was machst du? Aber das Ding ist, unter diesem Post gab es mega viele Kommentare von anderen, die gesagt haben, ich hatte so eine ähnliche Story. Ich hatte das, ich hatte das, ich hatte das. Und ich habe eins mal auch mit reingepackt, weil ich fand, dass du das auf jeden Fall hören solltest und unsere Zuhörer auch. Auch einfach der Fakt, dass es noch mehrere Schwiegermonster gab, die das Silber... Also das ist eh nicht abgezogen, wo ich mir denke, Alter, das ist total krass, ne? Ich habe einen Post gehabt, wo ich überlegt habe, ob ich die mit reinnehme. Und da hat die Schwiegermutter aber gepostet, ob sie das Arschloch ist. Und es ging darum, dass ihr eigener Sohn ihre Schwiegertochter schlecht behandelt hat und sie sich eingemischert hat und gesagt hat, ey, so gehst du nicht mit deiner Frau um. Also praktisch eine positive Schwiegermutter. Und sie hat einen Edit gemacht danach und hat gesagt, ich bin echt, also ich bin richtig heartbroken, weil ich von so vielen Leuten lese, die mir gerade schreiben, wie krass dankbar sie sind, dass es noch so Menschen wie mich gibt, weil sie so schlimme Erfahrungen mit Schwiegermüttern gemacht haben. Und die war total so, oh mein Gott, mir war das gar nicht bewusst, dass es anscheinend so viele Leute gibt, die durch ihre Schwiegermütter leiden. Und für mich war das jetzt kein großer Deal, dass ich jetzt da eingeschritten bin. Das ist doch selbstverständlich. Was ist mit dieser Welt los? Die war richtig crushed. Da musste ich gerade voll dran denken, weil du das gerade auch so gesagt hast. Dass es leider echt nicht so selten ist, ne? Aber wir lieben alle Schwiegermütis, Mütis, die trotzdem vollem Herzen ihre Schwiegertöchter und Schwiegersöhne lieben. We love you! Ja, ich habe jetzt noch eins vorbereitet, mal in dieses eine Kommentar, weil ich das echt krass fand. Das würde ich jetzt noch kurz reinbringen. Kurz nachdem ich mit meinem Mann zusammenzog, in Klammern, seine Mutter hatte bereits beschlossen, dass ich eine bösartige Sch***e war, fuhren er und ich mit unserem Ältesten zu einem Termin, der etwas weiter weg war. Auf der Rückfahrt rief sie an, um ihn über ein Auto zu informieren, das vor seinem Haus geparkt war. Es war eines meiner Autos. Er sagte ihr, ja, ich weiß, ich bin derjenige, der es dort geparkt hat. Ich bin sicher, dass sie dachte, sie hätte mich erwischt. Ich sagte ihm, dass ich es ihr zutrauen würde, dass sie jemanden dazu überreden würde, sein Fahrzeug vor unserem Haus zu parken und ihm ein Foto als Beweis zu schicken. Und siehe da, genau dieses Szenario passierte eine Woche später. Glücklicherweise wusste mein Mann, dass seine Mutter verrückt war. Er wusste nur nicht, wie verrückt. Ich sagte ihm, dass ich es ihnen zutrauen würde, Drogen im Haus zu verstecken und an die Polizei oder das Jugendamt zu rufen. Er schränkte daraufhin ihren Zugang zum Haus ein, damit sie niemals überhaupt die Chance kriegen würde, das überhaupt zu versuchen. Das muss ich mir vorstellen. Ich habe doch gesagt, dass ich auch immer so Schwiegermutter-Stories gelesen habe. Und da hat die Schwiegermutter ihre Schwiegertochte so sehr gehasst, dass sie wirklich zum Sohn gesagt hat, guck, ich habe da für dich eine Frau und hier, guck da. Und hat versucht, mit Druck eine andere Frau ins Haus reinzubringen. Das habe ich auch gelesen. Und auch so Sachen versteckt, damit die Frau so verrückt wird und sich dann halt trennt. Also das ist noch das Harmloseste, was ich für Storchstories gelesen habe. Das war... Ich habe auch eine gelesen. Nach dem Motto, so meine Schwiegermutter versucht, ihre Tochter oder ihren Sohn, glaube ich, dazu zu kriegen, dass er mich betrügt oder sowas. Also, dass er auch eine andere Frau hat. Das Krasse ist auch, es gibt auch Schwiegermütters, die zu sehr auf dieses Enkelkind fixiert sind. Ich habe Storys gelesen mit, meine Schwiegermutter hat meinen Sohn gestillt. Oh, das ist krass. Und ich habe wirklich nicht nur... Also, ich dachte so, okay, eine Story so, es ist so fertig damit. Aber es gab so viele Frauen, die das erzählt haben, wo ich mir denke... Was geht in denen ihren Köpfen ab? Was ist da los, ne? Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch einfach zu viel Aberglaube. Aber ich würde so oder so jemanden nicht so oft in meine Wohnung lassen, weil ich schon öfters mitgekriegt habe, ja, wir haben auf einmal so einen Zettel, ein Kissen drin gefunden und das sind so Flüche oder sowas oder vor unserem Haus. Und das sind halt so Sachen, da kommen nur Leute dran, die du halt vertraust. Ja, und da, perfektes Beispiel wieder. Auf einmal verschwindet was, dann kommt es wieder zurück und... Das ist echt krass, ne? Also, ich finde es auch immer irgendwie schade. Ich finde, was sich da überall so ein bisschen zeigt, ist so, die Mutter von dem Sohn, also die Schwiegermutter, sieht irgendwo, dass sie so ein Anrecht auf den Sohn hat und auch auf seine Partnerwahl. Und das finde ich halt total komisch. Ich habe auch so eine Story mit Jule gehabt, wo die Schwiegermutter so gesagt hat, als sie schwanger war, also als sie OP schwanger war, hat sie gesagt, ich bekomme ein Baby, obwohl sie ja die Oma ist. Also es ist so abgespaced teilweise und ich verstehe es leider auch nicht so ganz. Ich habe es Gott sei Dank Glück mit meiner Schwiegermama. Wässer ist es nicht. Das ist meine Mama. Ich sollte jetzt nichts Falsches sagen. Aber ich finde es echt auch mega schade einfach, weil ich glaube, man könnte auch echt ein tolles Verhältnis haben und ich fände es einfach mega schön, wenn da mehr Harmonie wäre und irgendwie nicht mehr dieses Anspruch denken. Weil ich habe aber auch mal gelesen, dass Frauen, die da so krass drauf fixiert sind und auch Söhne, die so drauf sind, dass die eigentlich wie so eine Art Beziehung führen. Und dass die eigentlich in einer Beziehung mit ihrer Mutter sind und auch umgekehrt. Und das ist halt auch total der Mindfuck irgendwie. Also so kannst du keine Beziehung eingehen. Nee. Ich bin auch froh, dass sie eine tolle Schwiegermama hat. Ich bin immer mit der in Solly gegangen. Sie hat mich in diese Welt reingebracht. Sie sagt, komm, wir gehen ins Solarium. Wieso, wie funktioniert das? Da haben wir echt Glück, ne? Waren auf jeden Fall ein paar krasse Storys, würde ich sagen. Gibt es ein Update? Leider nicht. Sie hat ja gesagt, sie hat keinen Kontakt mehr zu ihr, zu dieser Schwiegermutter. Kann ja sein, dass sie sich entschuldigt und alles zugegeben oder so. Nee, also das war auch ein relativ neuer Post. Und da haben halt Leute kommentiert, die halt schon länger Kontakt abgebrochen haben. Und ehrlicherweise, ich glaube, wenn das so ein krasses Level ist, weiß ich auch nicht, ob du das noch hinkriegst oder ob wirklich dann du einen Riegel vorschieben musst. Weil, wenn du schon auf so einem krassen Level bist, glaube ich nicht, dass du so einfach mit dir reden lässt. Also ist jetzt meine Annahme, dass man da auch irgendwie drastische Maßnahmen ergreifen muss, um die Familie zu schützen und sich selbst zu schützen. Ich glaube, das hatten wir jetzt auch schon mal in unserer Folge, die wir hatten, das letzte Mal gesagt. Ich habe auch glaube, dass bei dieser ganzen Dynamik, wenn Schwiegermütter so übergriffig sind, dass es aber dazu auch immer ein Schwiegersohn, also nicht ein Schwiegersohn, sondern ein Partner gehört, der keine Grenzen zieht und auch nicht sagt, bis hierhin und nicht weiter. Klar, die Mutter respektiert die Grenzen nicht, aber der Partner, der der Sohn ist, sollte da auch die Grenzen ziehen und für seine Frau einstehen oder für seinen Mann und ganz klar sagen, hey, so geht es nicht, statt die Mutter zu wählen, weil deine Familie ist, finde ich eigentlich dann dein Partner. Ja.